Nr heilige YouTube und herzlich willkommen zu einer Runde BNF 3 die Leute heute das erste Mal der BNF 3 live Premium Jahr Premium freundlicherweise bis zu Bonn sort von Janis vielen Dank an dich und ja jetzt hier mit feiner LP mit dem feiner P-Account fange ich hier natürlich auch ganz von vorne an und ich bin einfach mein Lieblingsmodus das ist Waffenmeister und den spielen wir hier easy going einfach mal auf einer schön Map ich habe es keine Ahnung was für Waffen ich habe und was ich benutzen darf oder so nebenbei noch so ein geilen Energy-Twinke stehen dort ist immer geil und ja weil kurz ich muss kurz mein Mikrofon verändern so und jetzt geht's los wird's also ich zock jetzt die Runde zu Ende und werde das je nachdem in Parts aufteilen und ja ok ok dann geht's los oh ist der Fernseher laut ach du scheiße ach 4 so und jetzt geht's ab meine Freunde ich bin übrigens ein total krasser Noob also seid mir nicht böse wenn ich total schlecht bin aber ich bin eigentlich nur für Uncharted gemacht und eher nicht so für Battlefield das ist auch so brutal oh mein Gott sie sterben stirb BAM alter dann haben wir auch echt weggezogen ey nein 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 nicht töten ooooh der war aber geil ok jetzt geht's los also jetzt heute nicht themenbezogen oder so weil ich live nicht so themenbezogen reden kann deswegen versuche ich es gar nicht erst einfach Blödsinn gelabere in Battlefield 3 alter neuer Waffe Jo, neuer Waffe ich bekomme am 22. meine 16.000er Leitung und dann kann ich zweimal so viele Sachen hochladen wie ich jetzt hochladen hört sich das nicht schön an so jetzt kann hier ruhig mal einer herkommen ich mach dich kaputt boh ich bin so gut achte kacke acht kacke vorbitte die schießen reine 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 bei Epo auch fünf Prozent leben oh mein Gott ich lebe besser mal geil regeneriert mich irgendwann auch noch oder möchte dass ich nicht mehr regenerieren jetzt regere ich mich und gleich bin ich tot ach ach oh oh man ey man ich hasse diese Pistole Leute ohne Spaß ich kann dir sowas von nicht ab diese Pistole kommt schon her willst du auch da ja die hat ne Mac natürlich ich ich komme mit der Kruppel Pistole und der kommt mit der Mac sie dies geile ach Gott nein ich wollte ich das Messer zeigen ach man ich bin so schlecht ich wollte ich das geile ähm wie nennt man so ein Messer ähm Karton Messer ne wie nennt man denn so ein Messer zeigen dieses ähm als ich schon vergessen und so ein Messer nennt da kommt wenn wir mussten ja ich wurde leicht befördert hier Level 2 und es geht natürlich ihr könnt mich alle Eltern so lang wie ihr Abonnenten seid ich nehme nur Abonnenten an weil halt dieser ganze Account speziell für euch angelegt wurde und nicht für irgendwelche Wildfremden Alter 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 da gibt er mir aber einen mit ey Respekt Junge jetzt Merk Junge nein nein P90 so ein Sack 44er Mac oh guck mal haben wir schon ne neue Waffe freigeschalten ne Schrotze hä von wo lol ich steig nicht durch ach so ja mein Freund das denkst doch nur du wa das denkst doch nur du oh hör mal jetzt gibt's auf den Sack hier komm her Pam 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 oh Gott Alter Falter 2% Life ach du Kacke boah ich bin so schlecht naja Niederhaltung das wollte ich ja eigentlich nur erzielen wisst ihr das spiele ich eigentlich mit gutem zusammen ja klar ich bin der mit einem so ein Spiel mit solchen Pros Bam Junge den haben wir weggeknallt sein Kumpel auch noch jetzt geht's ab dabei dabei spiel ich dieses Spiel sowas von nie ey wirklich spiel das jetzt nur mal für euch ne Runde und wenn's euch gut gefällt spiel ich jetzt öfters aber eigentlich spiel ich dieses Spiel fast nie weil ich es einfach nicht kann und ja da verläuft es eigentlich grad einigermaßen oh Gott gut weggebämmt nein der hat eine Schrotze ach du Kacke ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch ich lebe immer noch Noo nein es hat sich gemäß dort was ist mit dem Dekadiert oder Romane zum Körner da meine Nase juckt schon wieder da kommt runtergerutscht Köln mein Gegner ich glaube bei Battlefield werde ich gar keine Musik drunter packen weil Battlefield bis die ganze Zeit einen Sound hat ich glaube da brauche ich denn keine Hintergrundmusik und Battlefield ist irgendwie noch so ein schmutziger Ego-Shooter und ich glaube dazu gehört irgendwie keine Hintergrundmusik schreibt es mal in die Kommentare ob ihr gerne Hintergrundmusik haben wollt oder nicht und muss sagen ich gehe gerade eigentlich relativ gut ab das geht eigentlich jetzt haben wir hier das S.A.S. müsste das sein so wie das aus nee gar nicht das S.A.S. die Spaß ist das doch oder ja klar ich bin hier voll an Schadet Style nein 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 aber der hat auch einen Spaß das ist schön ja Leute jetzt seht ihr auch mal von mir Battlefield 3 wo es für ein episches Battlefield 3 war oh Gott ich bin so schlecht ach so kack und ja ich hab halt jetzt noch oh meine Nase juckt schon wieder ich hab jetzt noch offene Projekte ähm Happy Reads das kommt demnächst versprochen mein wie eine Runde Minecraft bis mein Freund doch dann habe ich offen mal wieder dann habe ich so ein Horror Game von einem Abonnenten vorgeschlagen bekommen stirbt doch einfach alle das werde ich auch noch irgendwann zocken oh Gott und dann halt werde ich wenn die Creepypasta weiterhin so so gut Aufruf und so bekommt werde ich auch Mann ey mehr Creepypastriffs machen boah ey guckt euch mal an wie der eine Typ da abgeht ey von Laser und so ich glaube ich werde jetzt mal irgendwo mit die Bieter zocken ne der zockt leider auf dem PC aber es wäre ganz lustig eigentlich oh Gott boah der Markt ich esse ich kann in ich fahr in in zwei Stunden mir gar nicht ich fahre mir in eine eine Stunde in einer Stunde kaufe ich mir den neuen Piez-Meet-Bürger nein nein Alter den schick ich dann auf den Post ich erst mal kurz auf Twitter den Piez-Meet-Bürger mach jetzt mein geiles Foto von dem Post das auf Twitter den Piez-Meet-Bürger oh man ey alter komm ich bin so schlecht ohne Spaß haha ich spiele ich spiele mit der Spaß ohne Spaß Flachwitz FTV Baum ah danke die die Schrotz ist geil voll weggeblänt ich lebe ich lebe immer noch lauter nicht so lange nach du Bauer mal da jetzt geht's aber ab hier noch einer komm her jetzt doch auch aber er hat und wurde mit seiner Schrotze wieder mit seiner Schrotze ich lebe oh man war in der Nase wie sie juckt Nooo Mama voll auf dem Sack Alter so läuft das boah ey dieses Spiel das ist so ein Krampf ohne Spaß Leute ja schießt doch nicht mehr von hinten ab danke wäre auch immer das so Alter Mann die Nase juckt so krass ich bin auch so ein Lappen ey oh Gott oh Gott oh nice was haben wir hier was ist das für eine Waffe ich hab vergessen was das für eine Waffe ist auf jeden Fall glaube ich ein Holovisier sieht zumindest so aus Hilfe bei Kill kein Bauch ich mag diese Map irgendwie guck mal der eine ist schon fast fertig ey was für ein Scheiß Mann und ich finde keinen Gegner da jetzt hab ich einen gefunden der hat mich aber einfach weggeballert oh meine Nase ey wie die juckt ah das ist die Ämter achso Bam Junge Headshot so läuft das was haben wir jetzt hier die Auk keine Ahnung oh Gott ah den auch noch ja Auk A3 okay okay alles im Lot oh komm wir gehen erstmal baden Alter das ist geil platsch 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 nein wir haben jetzt keine Zeit ich will jetzt hier noch erster werden was wir sowieso nicht schaffen aber egal oh Gott hätte er mich jetzt alter ne hätte er mich jetzt gemessert hätte ich glaube ich geschrien hier wurde es befürwort ich glaube zwar alle ein bisschen angeschossen aber ja was ist das ja klar da wechselt genau und also konnten wir die Waffe die Waffe wechselt Junge natürlich die Waffe ich brauche und schießt mich ab was soll denn das ich bin ein YouTuber Alter mhm 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 ist das doof ey ich werde es noch erst noch ich pack das jetzt noch ne ich glaub nicht aber für das erste Mal Bell 4 3 was ich aaaah aufnehme oh mein Gott meine Nase jubbt zur Gnolle ist das eigentlich in Ordnung was ich hier abliefer würde ich sagen oh Gott dieses Spiel so ein Krampf oh Gott nein nein oh Gott ich muss nachher unbedingt die Pizmeet Bürger essen ich freue mich schon den ganzen Tag drauf boah ey da äh Gruß an Leo ja falls du das hieß viel Gruß an dich du hast den Pizmeet Bürger bestimmt ihn schon gefressen sagst du oh Gott oh Gott ich sehe es kommen der tötet mich wenn ich nicht weglaufe und jetzt brauche ich jetzt zu Tode doch nicht fail wie lange nehmen wir auf keine Ahnung ist egal ich weiß nicht ob ich jetzt länger wie die Schnochladen kann wie das mit meiner Partnerschaft aussieht aber ich versuch's einfach mal ja da schießen sie mich ab nein nein boah ich hasse diese diese Riesenwaffe ey Mann ey das voll doof oh Gott der guckt doch mal ich spawn und äh schießt mich schon wieder ab komm ich muss jetzt hier nur mal ein paar Kills mal mit dieser Kack Kack Waffe kommt schon da ist er ich weiß nicht wo ich entschließen soll oh Mann ey ey ist das blöde ich bin so schlecht mit der Waffe das dringt mich grad voll auf aber jetzt geht's los Leute passt auf da neee Leute was sterben die denn mal was geht mit euch oh oh ja Hilfe bei Köln was hat oh Gott es explodiert alles um mich rum lol nein oh Mann ey oh ich hasse dieses Spiel eigentlich ist es ja ganz nett aber okay okay Leute das war's mit der ersten Runde Battlefield 3 ihr Lieben ich hoffe es hat euch gefallen ich war jetzt wirklich nicht so der allergrößte Pro aber dafür dass ich das jetzt erstmal Battlefield 3 aufgenommen habe ist es glaube ich ganz anschaulich dann würde ich sagen schaltet wieder ein wenn es heißt äh Battlefield Live Commentary 002 in dem Fall haut rein euer FinalP und ciao